Von Mark Twain stammt der Satz, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich gelegentlich und damit herzlich willkommen zum Marktgeflüster. Heute könnte Geschichte passieren, könnte Historisches passieren mit der Frage, ob sich Geschichte wirklich reimt. Wir wollen uns nämlich anschauen, wie wirklich die Chancen stehen im Handelskrieg und das Interessante an der aktuellen Situation ist, dass die Märkte bereits viel Optimismus eingepreist haben und dieser Optimismus basiert ausschließlich auf Aussagen von Donald Trump. Der hat nämlich gestern gesagt, ja, es sieht doch ganz wunderbar aus, ist doch alles richtig super. It's going really, really well, hat er dann vor Reportern gesagt, zunächst gestern ja der Tweet und dann nachbörslich, nach 22.30 Uhr deutscher Zeit. I think it's going really well, also es läuft richtig gut. Und wir haben sehr, sehr gute Verhandlungen mit China gehabt, wir werden morgen mit ihnen sprechen, aber they're basically wrapping it up and we're going to see them tomorrow right here. Man wird sich sehen, nämlich Trump und Liu He um 20.45 Uhr deutscher Zeit. Das ist also relativ spät. Das würde bedeuten, dass der heutige Handelstag wahrscheinlich nicht besonders aussagekräftig ist, weil man nicht weiß, was dann kommen wird. Was kommen dürfte, das ist interessant, haben schon einige Herrschaften hier gesteckt. Man sagt nämlich hier, und das ist das Einzige, was bisher nach außen gedrungen ist, es könnte zu einem Art Währungsdeal kommen. Der wäre aber kleiner als viele Leute gehofft hatten, aber vielleicht mehr als Skeptiker befürchtet hatten. Das ist vielleicht genau der Punkt. Was ist mit diesem Währungsdeal gemeint? Offenkundig will die USA, dass China nicht seine Währung weiter abwertet oder sogar aufwertet. Diese ganze Geschichte erinnert ein bisschen an den sogenannten Plaza-Akkord. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon mal gehört haben, 1985 war das. Da war die Situation die, dass der US-Dollar stetig aufgewehrt hatte. Und das, obwohl die USA mit Deutschland und vor allem Japan ein starkes Handelsbilanzdefizit hatten. Also hat man sich gesagt, zusammengesetzt, auf Druck der USA, die gesagt haben, hey, ihr sollt intervenieren und sollt eure eigene Währung verkaufen, nämlich Deutschland und Japan, damit der Dollar schwächer wird, damit sozusagen diese Aufwertung rückgängig gemacht wird zum Dollar. Das wurde dann auch gemacht und wir sehen, dass dann vor allem die japanische Währung zum Dollar stark abwertete. Das gleiche gilt auch für den, für die deutsche Mark damals. Wir sehen hier Dollar, Yen und sehen, dass hier mit dem Plaza-Akkord praktisch der Währungskurs von über 250 sich auf 120 praktisch halbiert hat. Das war für Japan ein ziemlich starker Schock, denn die Wirtschaft war sehr stark exportgetrieben. Nun ging es mit diesen Exporten schwieriger voran. Dementsprechend floss viel dieses Kapitals, dieses Investmentkapitals, das ja da war, in inländische Investitionen. So entstand die japanische Immobilienblase, als der japanische Kaiserpalast mehr wert war als Gesamt-Kalifornien, was die Grundstückspreise betrifft. Also Japan hat dafür einen sehr, sehr hohen Preis gezahlt, die Währung stark aufgewertet, damit sozusagen inländisch eine Investitionsblase ausgelöst, die dann geplatzt ist in den 90er Jahren mit der Depression und Deflation, die dann jahrelang folgte. Das Problem war, dass der Plaza-Akkord nicht wirklich lange funktioniert hat, denn nachdem klar war, okay, die Politik will, dass der Dollar abwertet, haben sich alle draufgestützt und versucht, den Dollar zu verkaufen. Das führte dazu, dass der Dollar zu stark abwertete. Wie gesagt, 50 Prozent in kurzer Zeit zur deutschen Mark und zum japanischen Yen. Das war dann doch zu viel, sodass man 1987 den sogenannten Louvre-Akkord gemacht hat, um diese Dollarabwertung wieder zu stoppen. Man macht also 1985 einen Deal, den man dann 1987 praktisch wieder egalisiert, weil die Folgen dieses ersten Deals so katastrophal waren. Und das ist sozusagen genau der Punkt, der vielleicht sich wiederholt. Kann China das überhaupt machen? Kann China eine Art Plaza-Akkord-Leite machen, wie manche spekulieren? Das ist die große Frage. Die Wahrscheinlichkeit ist gering. Denn wir sehen hier zum Beispiel die Dollarbasis, die Dollarreserven, die Devisenreserven, die China hat. Und hier sehen wir die Geldmenge M2, eine regelrechte Explosion der Geldmenge M2 in China. Wir haben also viel weniger Deckung durch Devisenreserven, als die Geldmenge faktisch gestiegen ist. Würde China, würde Peking den Yuan frei handeln lassen, das, was die Amerikaner offenkundig fordern, dann würde der Yuan nicht aufwerten, sondern abwerten. Wahrscheinlich so um die 20 bis 25 Prozent. Und das ist genau das Problem. Das, was die Amerikaner fordern, kann China im Grunde gar nicht machen, weil durch diese rigide Politik, durch die Kontrolle des Devisenmarktes, schafft es China sozusagen, den Yuan einigermaßen stabil zu halten, der ansonsten abwerten würde. Jetzt würde Peking gezwungen, den Yuan weiter aufzuwerten, entgegen der eigentlichen Marktdynamik und der Marktlogik. Das kann und wird nicht funktionieren. Und das wird Schwierigkeiten hervorrufen. Gleichwohl haben wir viel Optimismus in den Märkten. Und das trotz zum Beispiel eines Artikels der New York Times, wo es darum geht, wie die amerikanische Administration überlegt, China weiteren ökonomischen Schaden zuzufügen. Trump macht jetzt auf gut Wetter. Klar, er braucht vielleicht ein bisschen Beruhigung, um einen Abverkauf zu vermeiden. Insgesamt sehr viel Optimismus am Markt. Das sehen wir auch beim britischen Fund, das massiv gestiegen ist gestern, nachdem Johnson mit dem irischen Ministerpräsidenten irgendwie hoffnungsvolle Gespräche geführt hat. Das Fund über 200 Pippe gestiegen. 2,2 Prozent, eine Extension möglicherweise dieser Backstop-Lösung. Keine Ahnung, was da wirklich kommt. Auch hier muss sich zeigen, ob diese ganze Geschichte, ob diese Hoffnung substanziiert ist oder eben auch nur heiße Luft ist. Was wird das bedeuten in den Charts? Heute an Terminen, wollte ich sagen, nur die Verbraucherstimmung Uni Michigan, interessant, 16 Uhr. Da wird sich zeigen, ob wirklich die Geschichte so ist, dass hier die amerikanischen Konsumenten weiter negativ werden, weiter skeptischer werden. Schauen wir uns mal die Charts an, die mich gerade verlassen haben. Jedenfalls hier Charts von Capital.com. Hätten Sie sehen sollen, manchmal springt das Ding wieder zurück. Aber wir sehen, dass der S&P etwa bei 2950 ist. Wir sehen, dass der DAX über der 12200er Marke ist. Wir sehen, dass die Dinge sozusagen, der Deal sozusagen schon eingepreist ist. Die Frage ist, wird das passieren können? Schauen wir uns vielleicht, bevor Sie das hier durchlaufen sehen, nochmal eine Apple an, die gestern ein neues All-Time-High erreicht hat. Ist die überkaufteste Aktie jetzt im Dow Jones. Auch hier sehr, sehr viel Optimismus. Und die Frage ist, jetzt ist dieser Optimismus gerechtfertigt. Jetzt kommen wir in die Berichtssaison. Heute muss sozusagen wirklich was geliefert werden. Sonst ist das, was wir hier an Hoffnungsrallye zum nächsten Mal gesehen haben, wieder für die Katz. Es wäre nicht das erste und vielleicht auch nicht das letzte Mal. Ich wünsche einen guten Start in diesen letzten Handstag der Woche. Kurze Info um das heutige Markenflüster. Früher, weil ich heute Abend einen Termin habe, so um und bei 17 Uhr dürfte das online sein. Bis dann erstmal Servus und Ciao.